Lass uns doch heute mal über Sperma und den Geschmack dessen reden. Ist es ein Mythos, dass man mit Lebensmitteln, Getränken oder Speisen den Geschmack von Sperma beeinflussen kann? Ich denke nicht, dass es ein Mythos ist. Wir haben, mein Partner und ich, den Selbstversuch gestartet und uns eine Woche lang fast durchgehend von Ananas ernährt. Unter anderem die Frucht, Joghurt, Eis und der Saft. So wirklich positiv hat es nichts gebracht. Man sagt ja immer, dass Fruchtzucker das Ganze etwas süßer gestalten soll. Kann ich so nicht unterschreiben. Was ich aber weiß ist, dass Spargel und Bier nicht unbedingt positiv das Ganze gestalten können. Und ja, also bei uns zu Hause, wenn Spargel oder Bier auf der Speisekarte stehen, dann gibt es bei uns zu Hause definitiv keinen Blowjob mehr.